Guten, 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 guten Tag. Das hier ist The Tilt Pot, ein kleines, wer hätte es gedacht, Kickstarter-Projekt, das auch diesmal mein Geld nahm. Diesmal war es allerdings nicht so viel. 15 Dollar ist der Preis, der reguläre Verkaufspreis vom Tilt Pot, der jetzt ausgeliefert wird. So ein kleiner Plastikschuh, der Magnet beinhaltet und da lässt sich dann über so einen kleinen Knubbelaufsatz das iPhone beispielsweise in verschiedenen Positionen einsetzen und dann drehen und wenden. Es wird mitgeliefert für kleine Point-and-Shoot-Kameras, die nicht mehr als 200 Gramm wiegen. Kleiner Adapter für den Stativanschluss, da lassen sich dann die verschiedenen Kameras aufstellen, drehen und wenden für Selbstporträts, für Timeraufnahmen oder auch einfach irgendwie nur für den Flieger, wenn man irgendwie einen Film gucken will und man muss das iPhone irgendwie genehm aufstellen. Diese gummierte Sohle, die zu sehen war, die hält ziemlich gut, auch auf schrägstem Untergrund. Das Ding ist so klein, dass es an jeden Schlüsselbund passt. Eine sehr, sehr nette Kleinigkeit als iPhone-Stativ für den Schlüsselbund.